Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem fixen Video und zwar wollte ich euch kurz den Waffensound zeigen, die heute release von sind. Und zwar hört sich die M4-A4 so an. Das ist die neue Silencer-A4. Das ist die AK und die SG. Schreibt mir doch am besten in die Kommentare, wie ihr diesen Sound findet. Das ist jetzt ein kurzes Video, ich weiß. Aber ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen, die kurze, schnelle Zwischeninfo. Ich muss sagen, der K-Sound hört sich schon ganz nice an. Der ist O-Rain. Damit spielt auch niemand. Der hört sich irgendwie komisch an. Und der hört sich ganz schön stark an. Lasst gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie auch die Waffen zu uns gefallen. Welcher euch am besten gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ich sage das, wie wenn du ja auch. agreeing mit mir. Zähne ich die Leute rein. Ich sage das, wie wir hier mit meinem Department. Und ich sage das, wie es direkt ein, wie es geht.